The captain is turned on the seatbelt sign. Please return to your seat and fasten your seatbelt. Fliegen ist die angenehmste und beste Art zu reisen. Vielleicht nicht gerade die nachhaltigste, was mir auch mein Flugdekel klar machen wollte, aber was ich am Fliegen so liebe sind vor allem die Kleinigkeiten. Die kleinen Essensportionen geometrisch perfekt angeordnet in noch kleineren Plastikschalen, oder das nötige Bettzeug abgefüllt und zugeschweißt für den internationalen Flug. Meiner beginnt in Hannover und nach den üblichen Sicherheitskontrollen geht es mit einer kleinen Verspätung los in Richtung Ulaanbaatar. Zwei Stunden später stehe ich dann im Transitbereich in Istanbul und darf dank meiner Airline einige Stunden im türkischen Duty-Free-Paradies verbringen, Maxi-Packungen und XXL-Angebote, soweit das Auge reicht. Diese Jumbo-Packungen sind schon ein extremer Kontrast zum Leben an Bord. Über den Wolken, wo alles genau abgewogen ist und immer nur gerade so zu passen scheint, sind riesige M&Ms irgendwie fehl am Platz. Ausgestattet mit abgefülltem Leitungswasser und Tee und mir nicht verständlichen Lautsprecherdurchsagen, sitze ich wieder im Flugzeug und genieße die Aussage. Und als dann Ulaanbaatar unter uns liegt, werden nach einer sehr kurzen Nacht Tische hochgeklappt, die Sitze aufrecht gestellt und Sicherheitsgurte angelegt. Denn eins ist noch schöner als alle Kleinigkeiten beim Fliegen, aus dem Flieger zu steigen und in einer komplett neuen Umgebung herzlich empfangen zu werden. in einem Flieger zu steigen und einen Flieger zu steigen. Jetzt wird der Felge in eine Strecke und den Flieger zu steigen und die Flieger zu beenden. So geht es für die Flieger aus. Die Flieger aus dem Flieger zu steigen, die Flieger aus den Flieger aus Oktoberaktionen kann ganz einfach besser wie im Flieger aus beim Flieger sind. Ein Fliege aus dem Blast der Flieger-N.